Wenn Sie Angebot und Nachfrage für sich alleine betrachtet gut nachvollziehen können, dann wäre der nächste logische Schritt, dass Sie den Markt genauer unter die Lupe nehmen. Jetzt haben wir hier das typische Bild in der Volkswirtschaftslehre. Mikroökonomik ist immer so ein wichtiger Part, Angebot und Nachfrage zu verstehen. Und die meisten Lehrbücher springen sehr, sehr schnell aufs Ergebnis von diesem Diagramm. Ich würde aber gerne so ein paar Tipps noch geben, die beim Lernen vielleicht wichtig sein könnten. Ich glaube, damit man in Routine gerät, ist es wichtig, dass Sie jedes Mal, wenn Sie sich sowas selber zeichnen, Angebot und Nachfrage jeweils dranschreiben. Man gerät gerade im Eifer der Klausur auch mal gut durcheinander oder in der mündlichen Prüfung ist es auch so. Man verzauscht es, dann stimmt die Logik nicht mehr, man hat was auswendig gelernt, aber irgendwie passt es nicht. Und ich würde Sie bitten, jedes Bildchen schreiben Sie es dran, dann haben Sie die Sicherheit für sich selber und dann kommt irgendwann auch Routine auf an ein paar Stellen. Ich zeichne aber auch jetzt das Ergebnis von dem Bildchen, denn irgendwie, wenn da so ein Schnittpunkt da ist, dann scheint er wichtig zu sein. Das ist auch so der heilige Gral der VWL in diesem Bereich, nämlich dass wir sagen, irgendwo kommt doch jeder Markt hoffentlich oder die meisten zu einem Gleichgewicht. Und man könnte sagen, diese Menge, die ich jetzt hier unten auf der x-Achse skizziere, die bezeichnen wir immer mit einem Sternchen. Das ist sozusagen das Optimum mit der VWL. Ich erfinde jetzt einfach eine Zahl. Angenommen, die optimale Menge, die sich auf diesem Markt ergibt, wäre 100. Dann heißt das hier, diese Menge ist markträumend. So ist der Fachbegriff. Markträumend bedeutet, ich habe nichts mehr übrig im Lager bei den Unternehmen, die dann sagen, oh, ich bräuchte noch Kunden und es ist zu viel irgendwie produziert worden. Nein, die angebotene Menge, die da war, die wurde genau abgenommen von den Nachfragern. Auch da läuft keiner mehr rum, zumindest der mit einer Zahlungsbereitschaft rumläuft, der sagt, ich hätte gerne noch ein Produkt, aber leider gab es keins mehr für mich. Zumindest nicht und das ist der entscheidende zweite Part zu diesem Preis. Dieser Preis, der sich jetzt hier in meinem erfundenen Beispiel bei 5 Euro ergibt, der wäre der Preis, der dazu führt, dass kein Nachfrager übrig ist und kein Anbieter zu viel produziert hat. Ähnlich kriegt auch der einen Sternchenwert sozusagen, das P-Sternchen, das ist unser Gleichgewichtspreis, der markträumende Preis. Jetzt müssten Sie sagen, Moment, da gibt es doch noch Nachfrager, Sie hätten recht. Die gibt es, es gibt hier zum Beispiel noch welche, die haben nichts gekriegt, ja, aber deren Zahlungsbereitschaft war 4 Euro. Und das kennen Sie auch, wenn Sie in den Supermarkt gehen, da finden Sie was im Regal, aber es ist Ihnen zu teuer, da würden Sie es nicht kaufen. Also ist es nicht ganz richtig, wenn wir sagen würden, die wären noch übrig, denn würden die 5 Euro bezahlen, hätten Sie vorher schon was gekriegt. Wir sehen eben auch, in dieser Reihenfolge werden die Nachfrager bedient. Je weiter runter ich gehe, umso kleiner ist meine Chance, ein Produkt zu kaufen. Der da unten, der kriegt so gut wie niemals dieses Produkt, der ist sozusagen am Ende dann irgendwie draußen. Umgekehrt könnte man auch sagen, es gibt auf der anderen Seite im Prinzip ein paar Leute, machen wir jetzt hier die Anbieter, zum Beispiel den da. Dieser Anbieter hier ist leider zu teuer, der hätte 6 Euro an Kosten, das macht er nicht. Bei 5 Euro Marktpreis wird der Anbieter nicht zu 6 Euro Kosten irgendwie klarkommen. Der wird vielleicht die Ware auf Lager nehmen, die er produziert hätte und sagen, morgen kann ich mal gucken, ob ich Kunden finde. Aber am heutigen Tag wird er sagen, dauerhaft produziere ich so gar nicht, wenn sich der Markt nicht ändert. Das ist so zunächst mal das Erste, diese Grundtendenz, die man da rausholen kann. All die Dinge, die Sie wissen über Angebot und Nachfrage, die gibt es hier immer noch. Also wenn ich jetzt die Nachfrage nach rechts verschiebe, das mache ich nur dann, wenn ich Ursachen dafür habe. Aber wenn ich sie nach rechts verschiebe, kann ich mir angucken, was hier dann passiert. Aber vor allem bräuchten wir einen Grund. So könnte eine mögliche Aufgabe eben derart sein, dass man Sie fragt, naja, simulieren Sie mal, was würde denn passieren, wenn jetzt mehr Nachfrager da wären. Dann würden Sie hier diese Nachfrage nach rechts verschieben. Wir machen das mal gemeinsam. Und vielleicht eben so eine leichte blaue Verschiebung, ich glaube, so hatten wir es auch mal im anderen Lernvideo. Dann sehen Sie, ah ja, jetzt kommen wir schon so langsam in die Reichweite, wo die Anbieter eben auch im oberen Bereich bedient werden. Denn dieses neue Marktgleichgewicht, was jetzt entsteht, dieser neue Gleichgewichtspunkt, der liegt ja weiter rechts. Und diese zusätzlichen Nachfrager, die da sind, die können durch die anderen Anbieter und deren Produktionstechnik nicht bedient werden. Die sind ja ausgelastet. Da kommen jetzt die Anbieter zum Zuge, die vorher vielleicht noch nicht ganz so aktiv waren, die zu teuer waren für den Markt. Und infolgedessen erklärt sich das auch. Mehr Nachfrager sorgen wofür? Dass insgesamt natürlich auch mehr gekauft wird. Ich nenne das jetzt mal X2 und das sind dann vielleicht 110. Ein zweites neues Gleichgewicht. Und durch das Mehr an Nachfrager ergibt sich jetzt hier eine größere Menge. Naja, und wie heißt es so schön? Die Dinge, die knapp sind, werden teuer. Wo sieht man es besser wie hier? Jetzt ist es knapper geworden. Dieselben Anbieter bedienen jetzt mehr Leute. Dann ist es ja knapper. Und infolgedessen ist es logisch, dass dann auch der Preis steigen muss. Der steigt jetzt hier mit P2 auf 6 Euro, wenn Sie so wollen. Erfundene Zahlen ist ja nur eine Skizze, wie man es grundsätzlich machen würde. Dasselbe könnten wir durchspielen bei weniger Nachfragern. Sie könnten die Angebotsverschiebungen da rein durchspielen. Ich glaube da so ein paar Mal ein paar Richtungen ausprobieren. Was passiert denn da? Passt das zu meiner Bauchgefühlslogik? Das ist immer eine ganz, ganz gute Übung, wenn Sie hier VWL-theoretisch reingucken. Ich glaube, damit haben wir ganz gut so ein bisschen verstanden, wie der Markt funktioniert. Es gibt auf beiden Marktseiten, das wissen Sie auch, so Güter wie Insulin, bei denen sieht die Nachfragefunktion so aus. Das Angebot bleibt aber dann gleich. Stellen Sie sich da auch mal zum Üben ein bisschen vor, was passiert, wenn Sie das Angebot oder die Nachfrage in solchen Fällen verändern. Könnte es sein, mehr Insulinpatienten oder teurere Angebotsproduktion. Dann schiebt sich das Angebot nach links. Und die Antwort wäre dann, dass Sie analysieren, wie wirkt sich das auf die Preise aus. Teureres Angebot können wir schnell machen. Das ist ganz logisch. Wenn beim Insulinmarkt das Angebot hoch ginge, dann würden wir eben hier merken, der Preis geht jetzt voll zu Lasten derjenigen, die Insulin brauchen. Mit anderen Worten, die Krankenkassen als System verteilen dann diese Kosten bei den Nachfragern irgendwann einmal durch. Dasselbe würde bei einer Corona-Impfung übrigens auch passieren. Wenn da die Produktionstechnik komplizierter werden würde. Jetzt gucken wir uns noch einen anderen Markt an. Denn wenn das jetzt hier quasi die Nachfrage war und das Angebot 1 und das Angebot 2, könnte es ja auch mal sein, dass das Angebot im Prinzip vertikal dasteht. Also so ein Angebot gibt es auch. Das wäre jetzt sozusagen unser Angebot nach Immobilien oder von Immobilien. Denn Immobilien sind so, dass zu einem festen Zeitpunkt eine gewisse Menge da ist. So wie es Insulin, feste Menge gebraucht wird, ist hier feste Menge da. Und eine Wohnung, die Sie im Monat nicht vermieten können, die können Sie im zweiten Monat nicht doppelt dafür vermieten, um es wieder aufzurollen. Das heißt, hier haben Sie einen festen Zeitpunkt, an dem alles weg muss. Das wäre bei verderblichen Lebensmitteln dasselbe. Nachfrage dazu. Und jetzt könnte man uns überlegen, was passiert, wenn in einer Stadt mehr Leute wohnen wollen, weil sie dort hinziehen, weil sie da gute Jobs finden. Dann würde das ja bedeuten, mehr Nachfrage auf diesem Markt schiebt es nach rechts. Und dann würde sich da das Marktgleichgewicht in diese Richtung hier skizzieren. Wir haben auf der Preisachse, auf dieser linken, die Sie hier sich vordenken können, auf der Preisachse eine Preiserhöhung. Oh Wunder, wiederum gilt, wenn es knapp ist, dieselbe Menge an Immobilien, da streiten sich jetzt mehr Nachfrager darum, dann wird es leider teurer. Das mag uns in der Realität gefallen oder nicht. Leider ist es eben der Effekt, der auf den Märkten entsteht. Eine politische Meinung haben wir ja in einem theoretischen Fach wie der VWL dazu nicht. Natürlich haben wir eine persönliche Meinung, ob uns das gefallen kann. Und wir hätten vielleicht auch eine Lösung, was man tun könnte, gerade so auf dem Immobilienmarkt. Diese Lösung ist natürlich an der Tafel und im theoretischen Raum leicht gedacht. Aber irgendwie merken wir schon, wenn uns der Preis nach oben zu teuer ist, könnten wir ja gucken, durch Neubau irgendwann möglicherweise dieses Angebot auswerten und ausweiten zu können. Das wäre so vielleicht nochmal grundsätzlich eine Möglichkeit, wie man dagegen was tun könnte. Wie gesagt, eine gute Klausurübung ist immer, spielen Sie sich verschiedene Szenarien durch in der Realität, überlegen Sie sich, wirkt das jetzt aufs Angebot oder auf die Nachfrage. Von tausend Dingen, die Sie sich ausdenken können, gibt es ganz wenige, die auf beides wirken. Und Sie denken an diese beiden Kernfragen. Wenn es darum geht, ob sich was geändert hat bei kann ich es mir leisten oder will ich es mir leisten, dann wird sich nur die Nachfrage verschieben. Wenn es darum geht, ob Sie etwas im Prinzip billiger oder mehr produzieren können, dann kann es nur ums Angebot gehen. Das heißt, Sie haben eine eindeutige Entscheidungsregel und am Ende wissen Sie mit Sicherheit, nur eine Marktseite kann kurzfristig betroffen sein. Was langfristig später passiert, wird in der fortgeschrittenen VWL nochmal genauer angeguckt. Aber im Marktbildchen, da wären wir damit eigentlich sozusagen fertig und sicher. Damit soweit zum Markt. Was dann noch kommen kann, sind Konsumenten- und Produzentenrente. Aber ich glaube, ein paar Marktverschiebungen haben wir da schon mal gesehen. werden wir da schon mal gesehen haben. Aber hier ist alles in der Raum sein. fuse voll legat дв